Und das letzte Mal hatten wir über die Grundzüge oder die Grundprinzipien der Annahme gesprochen, was das für eine Bedeutung hat. Und da möchte ich nochmal eben auf einen ganz wichtigen Punkt überhaupt eingehen bezüglich der Haltung, die einer Annahme immer zugrunde liegt. Und das ist, wenn man etwas annimmt, dann macht man es sich zu eigen. Das heißt, es ist nicht mehr ein Problem, was jetzt nur jemand anderes hat, sondern was man jetzt selber auch angenommen hat zum Effekt der Lösung, also um eine Lösung herbeizuführen. Und nur das, was man annimmt, kann man letztendlich auch überwinden oder bewältigen. Und das, was man ständig bekämpft, das wird gegebenenfalls immer stärker, es sei denn, man ist selber in einer sehr starken Situation, das heißt, wo man den anderen jederzeit unter Druck setzen kann, auf die eine oder andere Weise. Dann kann man natürlich argumentieren und den anderen bedrängen. Aber in der Regel ist das ja nicht der Fall in dem heutigen kommerziellen Leben. Das heißt, die Menschen, die ganz normal arbeiten und versuchen, ihr Leben so zu organisieren, wie es am besten für sie ist, die sind nicht in so einer Position, dass sie sagen können, du, wenn du das jetzt nicht machst, dann aber. Also eine Annahme entschärft diese Situation. Das heißt, es gibt dann nicht mehr die Streiterei darum, wer macht wann was, sondern man sagt einfach, ich bin jetzt dafür verantwortlich und ich löse das so gut ich kann, meinen eigenen Mitteln nach. Und da hat man dann natürlich andere Möglichkeiten als jetzt nur die, die in der Öffentlichkeit vorgeschrieben sind durch sogenanntes positives Recht. Denn das sind ja nur wirklich Angebote, das sind ja nur Prinzipien, die die Administration im Konkurs vereinfachen sollen. Und wenn diese Prinzipien aber nicht ausreichend sind oder eine zu große Belastung für einen sind, dann muss man ins Private, das geht gar nicht anders, dann muss man sozusagen auf die Begünstigungen der Öffentlichkeit verzichten und die Dinge selber in die Hand nehmen und auf privater Ebene lösen. Und in diesem Zuge, bevor wir jetzt überhaupt weitersprechen über die Annahmen, macht jetzt überhaupt keinen Sinn, wenn wir nicht erst uns mit einem wichtigen Thema befassen, der wirklich allen kommerziellen Handlungen, die wir tun, zugrunde liegt. Und das ist der sogenannte, könnte man unter den Titel, unter den Begriff stellen, der administrative Prozess. Und was ist ein administrativer Prozess? Nun, das ist ein rein verwaltungstechnischer Prozess. Und da gibt es jetzt natürlich in der Öffentlichkeit Regeln dafür. Ich sage jetzt bewusst in der Öffentlichkeit. Und die kennen wir alle. Oder zumindest, vielleicht kennen wir sie nicht, aber wir erleben sie ständig. Und was ganz typisch ist, in einem administrativen Prozess, das ist natürlich, dass die eine Partei an eine andere Partei, also Partei A, die etwas von Partei B will, schreibt also jetzt unter bestimmten öffentlichen Regeln und Gesetzen an die Partei B. Und das sind natürlich in beiden Fällen Personen. Ob natürlich oder juristisch, spielt keine Rolle jetzt. Und Partei A macht also Stipulationen, zum Beispiel die monatliche Wasserrechnung oder die Telefonrechnung. Und dann steht da drin, hier anbei ist Ihre monatliche Wasserrechnung. Bitte begleichen Sie diese innerhalb von 14 Tagen oder 30 Tagen. Und da sieht man also sofort, dass das ein administrativer Prozess ist. Warum? Weil kein Beweis beigelegt wurde, dass überhaupt hier ein Schuldverhältnis vorliegt. Das heißt, dieses Schuldverhältnis wird vermutet. Und die Vermutung ist nicht ganz unbegründet natürlich. Ganz einfach deswegen, weil ja der Empfänger des Wassers einen Vertrag unterzeichnet hat. Aber das ist also ein rein administrativer Prozess bezüglich dieses Vertrages. Das heißt, dieser Prozess administriert, verwaltet diesen Vertrag und sorgt dafür, dass auf unkomplizierte Art und Weise die Ziele und Zwecke des Vertrages umgesetzt werden können. Das hatten wir schon betrachtet, als wir uns generell über administratives Recht unterhalten hatten. Und administratives Recht wird durchgesetzt und begünstigt durch administrative Prozesse. So, jetzt Partei B, der Rechnungsempfänger, der weiß jetzt, was Sache ist. Er hat jetzt die Möglichkeit, er muss sich an die Frist halten, denn die ist dort niedergeschrieben. Und das ist sozusagen begründet, das ist auch rechtens so, weil derjenige, der die Rechnung initiiert hat, natürlich die Vertragshoheit hat. Aufgrund der Tatsache, dass der Kunde einfach einen Vertrag unterschrieben hat, den der Vertragsgeber gestellt hatte. Und damit liegt bei ihm die Vertragshoheit und damit liegt bei ihm auch die administrative Gewalt bezüglich der Durchsetzung dieses Vertrages. Und jetzt kann er also verschiedene Dinge tun. Man muss immer bedenken, dass administratives Recht, substanzielles Recht nicht verletzen kann. Jetzt, wenn der Empfänger bemerkt, er kann die Wasserrechnung nicht zahlen, dann muss er das natürlich der anderen Partei mitteilen. Und zwar in der Art und Weise, dass er zum Beispiel sagt, ja, ihre Rechnung wurde zur Kenntnis genommen. Ich muss sie darüber in Kenntnis setzen, dass es mir nicht möglich ist, diese Rechnung in Form von Euro oder Überweisung zu begleichen. Oder zu dem Zeitpunkt zu begleichen. Das ist absolut legitim, sowas zu tun. Und wenn man dann eine gute Idee hat, wie man das anderweitig machen kann, dann kann man die natürlich gleich mit stipulieren. Denn erstens mal, die zur Kenntnisnahme ist eigentlich hier auf der öffentlichen Seite eine Art von Akzept. Genau das gleiche wie mit einer Kreditkarte zum Beispiel. Das ist genau das gleiche hier. Und teilt man den mit, dass man das nicht kann, dann setzen die sich mit einem in Verbindung. Und dann versuchen sie, was auf öffentlicher Seite auszuhandeln. Wie zum Beispiel eine Stundung der Zahlung, eine Reduzierung der monatlichen Zahlung und so weiter und so fort. Und wenn man das annimmt, verwirft man natürlich seine privaten Möglichkeiten. Das ist klar. Das ist nichts weiter als eine Variierung des Vertrages auf öffentlicher Seite, an die man sich dann noch einmal bindet, dass man in einer bestimmten Art und Weise eben die Verbindlichkeiten auszugleichen gedenkt. Also sprich hier in Form von Überweisungen. Oder aber der Empfänger, also Partei B, schaut sich das an und sagt, okay, ich richte den Dauerauftrag ein. Ich bezahle das jetzt sofort oder bis die Frist abgelaufen ist. So. Oder er entscheidet sich, gar nichts zu tun. Naja, dann ist der nächste Schritt im administrativen Prozess, das ist auch öffentlich so vorgeschrieben, dass eine Mahnung geschickt wird oder eine Erinnerung. Also in der Regel eine Mahnung. Die ist sehr freundlich, die erste Mahnung, die sagt sowas sehr, geehrter Herr, sowieso bezüglich der Rechnung Ihres Wasserkontos, die wir Ihnen am So und Sovielten geschickt hatten, konnten wir noch keinen Eingang einer Zahlung feststellen. Immer mehr geht das in eine bestimmte Richtung. Da wird dann nicht mehr davon gesprochen, dass es Ausgleich ist, sondern dass keine Zahlung festgestellt werden konnte. Und das ist natürlich ein Hinweis, das ist ein Hinweis, dass man jetzt eigentlich schon im Verzug ist. Denn eigentlich ist man im Verzug, wenn die erste Frist verstreicht. Und dann reden Sie nicht mehr von Ausgleich, sondern jetzt reden Sie von Zahlung. Und jetzt stipulieren Sie die Heilung in Form der Zahlung. Jetzt arbeiten Sie darauf hinzu, dass die Partei B, also die Verbindlichkeiten jetzt auf der öffentlichen Seite durchsetzbar in Euro ausgleicht. Das wäre also im Sinne der ersten Mahnung, kann man das dann sofort bemerken. Und dagegen hat man natürlich eine Heilung. Das ist aber auch nur dann für den Fall, dass höhere Gewalt eintritt. Das heißt, man konnte überhaupt die Frist nicht wahrnehmen. Man war im Krankenhaus oder anderweitig. Es sind Dinge passiert, über die man nicht selber unmittelbar jetzt eine derartige Kontrolle ausüben konnte, dass man die Frist hätte einhalten können. Das nennt man höhere Gewalt. Aber auch bei höherer Gewalt muss man gucken, ob das gilt. Denn wenn zum Beispiel jetzt, wie in dem Fall durch den Verzug, keine wirkliche rechte Benachteiligung stattfinden würde der Partei B, dann könnte die höhere Gewalt auch einfach ignoriert werden. Aber hier würde es das, denn man hat dann keine Möglichkeit, zum Beispiel die ganze Angelegenheit von der privaten Seite aus anzugehen, wenn man eben im Krankenhaus war oder sonst irgendwie durch höhere Gewalt verhindert war. Aber macht man höhere Gewalt dann geltend, und das muss man dann natürlich auch begründen, dann bittet man noch einmal um eine Frist oder man effektiert sofort die Heilung auf die eine oder die andere Art und Weise. Wichtig ist, dass man der anderen Partei das mitteilt, denn die sind in der Regel keine Hellseher und müssen natürlich wissen, was für ein Grund vorlag. Aber tut man das nicht, liegt keine höhere Gewalt vor, dann ist das eigentlich wirklich der Verzug, wenn man die erste Frist versäumt. Und eigentlich ist das auch heute im öffentlichen Recht so schon festgelegt, dass der Verzug automatisch nach 30 Tagen eintritt. Und man hat in der Regel eine 30-Tages-Frist, und das ist auch eine korrekte Handlungsweise. Denn 30 Tage sind mehr als genug auf der öffentlichen Seite, um Dinge auf die eine oder andere Art und Weise zu regeln. Und liegt höhere Gewalt vor, dann kann man natürlich die Dinge auch noch nachträglich heilen, ohne dass einem daraus jetzt zumindest auf der öffentlichen Seite ein Nachteil entsteht. So, jetzt, wenn man natürlich dann auf die Erinnerung hin oder die Mahnung hin wieder nichts tut, dann kommt vielleicht noch eine Mahnung. Aber das heißt nicht, dass der Verzug nicht schon vorliegt. Und wenn dann auch wieder keine höhere Gewalt geltend gemacht wurde, naja, dann geht das Ganze wirklich eigentlich schon schnurstracks in einen Exekutionstitel über. Das heißt, die Schuld kann exekutiert werden, sagt man dazu. Das heißt, sie kann eingetrieben werden durch Gerichtsvollzieher oder aber durch Pfändungen auf die eine oder andere Art und Weise und alle möglichen rechtlichen Manöver. Das liegt einfach daran, weil niemand aufgetreten ist und gesagt hat, ich nehme mich dieser Schuld an. Okay, und auch wenn in der Öffentlichkeit Personen nichts weiter sind als Unterfranchisen oder Untergesellschaften des Staates, die ein bestimmtes Budget haben pro Monat, aus dem sie die öffentlichen Verbindlichkeiten tilgen müssen, so liegt eben doch wirklich eine Notwendigkeit vor, diese Schuld zu begleichen, zu tilgen, zu bezahlen, ganz gleich, wie man das jetzt erst einmal nennen will. Also der administrative Prozess besteht aus der, man kann jetzt nicht mal sagen, Forderung erst einmal, sondern eigentlich aus der Rechnung. Es wird etwas vorgelegt, es wird einer Partei etwas vorgelegt. Und ob Ihnen das vorgelegt werden oder Sie einer anderen Partei etwas vorlegen, eine Verbindlichkeit oder eine Tilgungsform, in dem Moment leiten Sie immer, ob jetzt öffentlich oder privat, wir kommen da wirklich auf den Unterschied dann später im Detail drauf, spielt keine Rolle. Derjenige, der etwas dem anderen vorlegt, leitet einen administrativen Prozess ein. Ja, denn auch die Geldschöpfung ist eine administrative Sache heutzutage. Also alles ist wirklich administrativ verwaltet. Und es geht dabei erst einmal nicht um substanzielle Rechte, es geht um administrative Rechte. Denn die gehen davon aus, dass die Personen haften für die Schulden auf der öffentlichen Seite. Und auf der Rückseite, auf der privaten Seite dieser Personen, vor allem der natürlichen Personen, steht die Substanz. Da ist etwas, was Energie hat, da ist jemand, der eine Unterschrift leisten kann, da ist jemand, der handeln kann. Die Personen selber sind handlungsunfähig als Rechtskonstrukte, weil sie reine Fiktion sind. Und auch wenn jetzt diese substanziellen Männer und Weiber nicht wahrgenommen werden, als solche, zumindest zunächst mal nicht, in den unteren administrativen Gerichten auf jeden Fall, so ist das selbstverständlich, dass hinter den natürlichen Personen so ein Mann oder so ein Weib tatsächlich stecken. Das wird nur nicht jetzt betont, das wird nur nicht ausgesprochen, denn das können die nicht aussprechen, denn täten sie das, dann würden sie ja Männer und Weiber als übergeordnet bestätigen. Und somit würde der Staat und der Konkurs sich selber sofort, logisch gesehen, ad absurdum führen. Das ist also der Grund, warum sie das nicht können und warum sie das auch nicht tun. Zumindest zunächst nicht. Ja, wenn in höheren Gerichten, wie in einem Landgericht oder Oberlandesgericht, in bestimmten Kammern, dann sie nicht umhinkommen, die substanzielle Seite, die wirklich rechtliche Seite zu betrachten, durch eine richterliche Anhörung, dann ist das etwas anderes. Dann kann ein Richter so etwas auch sehen und so ein Mann und so ein Weib auch sehen, wenn derjenige sich korrekt verhält in diesen Gerichten. Und da nicht auftritt wie ein Elefant im Porzellanladen, sondern lediglich hier es ihm darum geht, dass er seine privaten Rechte hier durchsetzen will und sozusagen dem Staat ein Hindernis bereiten will, diese substanziellen Rechte angreifen zu können. Und da wird natürlich dann nicht nur auf die Form geguckt, nicht nur auf den administrativen Prozess, sondern was ist wirklich die Substanz hinter dieser ganzen Angelegenheit. Was liegt hier wirklich rechtlich vor? Denn wenn sich herausstellt, dass ein administrativer Prozess in eine Art Plünderung mündet, von substanziellen Werten, die sich ja außerhalb der öffentlichen Geldpolitik befinden, ja dann muss der Richter auf öffentlicher Seite sozusagen diesem administrativen Prozess Einhalt gebieten und muss ihn für unrechtmäßig erklären, für nicht rechtens. Und dann müssen die Parteien eine andere Lösung finden. Und bevor es aber soweit kommt, wollen wir sehen, dass bevor wir überhaupt in solche Gerichte müssen, man selber administrative Prozesse entwickelt und durchführt, die einem dienlich sind. Also das erste Schreiben, die Vorlage, das nennt man die Vorlage dem anderen gegenüber. Und dabei meine ich mit Vorlage wirklich eine kommerzielle Vorlage. Denn wenn ich so etwas sage, wenn ich von Recht spreche und von Vorlagen und von Papieren, dann vergessen Sie bitte nicht, dass ich dabei immer kommerziell denke, rein kommerziell. Nicht jetzt rechtlich, substanzrechtlich in dem Sinne als, der will mir was wegnehmen, sondern es ist ein kommerzieller Prozess. Und das heißt, die legen einem etwas vor oder ich lege dem anderen etwas vor. Und dann stipuliere ich da bestimmte Sachverhalte. Und was ist eine Stipulation? Eine Stipulation, das bedeutet, das ist wie eine Art von Vorschlag. Das heißt, es ist nicht in Stein gemeißelt. Es ist nicht jetzt rechtlich total festgesetzt oder vollständig festgesetzt. Aber je näher meine Stipulationen an Verbindlichkeiten, die die andere Seite hat, herankommen oder abgedeckt sind oder durchgesetzt werden können oder untermauert sind, desto besser sind meine Stipulationen. Und natürlich ist eine solche Stipulation immer im Hinterkopf, die ich immer habe, ist, dass niemand die Begleichung einer Schuld in Euro erzwingen kann. Das geht nicht. Das kann niemand von sich aus. Das heißt, das kann nur auf Vertragsbasis basieren. Das heißt, wenn der Vertrag nicht ausdrücklich sagt, dass eine Tilgung von monatlichen Raten, ganz gleich welche Art jetzt, nur in Euro per Überweisung möglich ist, dann heißt es, dass es andere Möglichkeiten gibt. Und logisch ist es auch, einfach aufgrund der Tatsache, dass die ja immer oder hauptsächlich die Dinge per Überweisung haben wollen. Und Giral-Geld, was ja einer Überweisung Vorschub leistet, ist ja nicht einmal gesetzliches Geld. Das heißt, das ist ja nicht mal, das kommt ja nicht mal mit Annahmezwang, sondern da sieht man auch, dass das auf reiner Einigung basiert. Auf Stipulationen, ja, auf Vermutungen wirklich. Und wenn man so etwas unterschreibt, so einen Vertrag, dann leistet man so einer Vermutung Vorschub. Das ist aber auch noch nicht in Stein gemeißelt, denn es kommt auch darauf an, wie man sich verhält. Macht man zum Beispiel eine Variierung des Vertrages, indem man sagt, dass von da und da ab jetzt die Dinge anders ausgeglichen werden. Ja, sowas in der Art. Und dann muss die andere Partei nachweisen, dass so ein Ausgleich natürlich nicht Wert hat für die. Und das ist unmöglich, denn rein technisch gesehen hat Giraldgeld auch keinen Wert, der über das Vertrauen derjenigen, die es verwenden, hinausgeht. Das heißt, verliert Giraldgeld mal seine Glaubwürdigkeit, fangen die Menschen an, alles wieder in Bargeld machen zu wollen, ja, dann ist das Giraldgeld nichts mehr wert. Und dann spielt das überhaupt keine Rolle, was da die Bundesbank auf ihrer Webseite schreibt bezüglich Giraldgeldes. Das ist übrigens interessant. Man sollte da wirklich sich mal ein bisschen lesen auf der Webseite der Bundesbank. Da sind einige wirklich interessante Artikel und Definitionen vorhanden. und dass man die mal kennt und genau liest und vor allen Dingen auch erkennt, was nicht gesagt wird und auch erkennt, was gesagt wird, ohne dass es geschrieben steht. Das heißt, das ist eine Art von Kunst. Und genauso ist es in den administrativen Prozessen, die man macht, dass man zwar die Geldpolitik, das heißt, dass gesetzliches Geld nicht mit Forderungszwang herausgegeben wird, immer im Hinterkopf hat, aber dass man das nicht als Argument jetzt schwarz auf weiß aufs Papier schreibt, sondern davon ausgeht, dass die andere Seite versteht, was man da tut. Und dabei sind es wirklich administrative Prozesse und zwar von jeder Seite. Eine Variation eines Vertrages ist ja auch nichts weiter als ein administrativer Prozess. Da werden bestimmte Stipulierungen gemacht und macht die andere Seite keinen nennenswerten Einwand. Naja, dann gilt das ab einer bestimmten Frist. Das heißt, da hat man auch wiederum einen administrativen Prozess. Und so sieht man, dass administrative Prozesse immer, allem und jedem heute erst einmal primär zugrunde liegen. So, ein anderes Beispiel, wie die das machen, sind natürlich Gerichtsangelegenheiten. Ja, da verklagt Partei A, die Partei B und geht, halten wir es mal einfach, ins Mahngericht und die muss ja gar nicht mal die Forderung beweisen, sondern sie geht da lediglich hin und sagt, hier, ich will ein Mahnverfahren einleiten und dabei will das Gericht überhaupt keine Beweise haben, gar nichts, sondern da wird lediglich die Forderung eingebracht und dann schickt das Gericht der Partei B, also dem gegenüber die Forderung geltend gemacht wird, eine Mitteilung, eine Einladung ans Gericht, dass jemand eine Forderung stellt an die Person und dass man der widersprechen kann innerhalb von 14 Tagen oder sowas in der Art. Das nennt man, das ist heute das beschleunigte Verfahren. Das ist eigentlich Summary Judgment. Das heißt, da geht es lediglich darum, wenn einer eine Forderung stellt, dann hat die auch schon Gültigkeit und wenn man keinen Widerspruch einlegt, na ja, dann kommt es zu einem Versäumnisurteil. Ja, aber auch gegen das Versäumnisurteil kann man wieder noch einmal Widerspruch oder Einspruch einlegen. Also es gibt da auch zwei oder drei Punkte, wo man noch einmal solche Versäumnisse heilen kann und natürlich ist da auch wiederum höhere Gewalt immer die bessere Karte, die man in der Hand hat, denn wenn man krank ist oder sonst irgendwie die Dinge nicht wahrnehmen kann, na ja, dann kann man sie nicht wahrnehmen und es kann von einem unter keiner Rechtsform das Unmögliche verlangt werden. Das geht nicht. Also Sie sehen schon, überall sind es administrative Prozesse, also rein verwaltungstechnische Abläufe und das hat gar nichts mit der Substanz einer Sache zu tun, denn zum Beispiel beim Mahnverfahren muss ja der Gläubiger, der ins Gericht geht, der sogenannte Gläubiger, ja erst einmal gar nicht die Beweise liefern, wie die Forderung zustande gekommen ist und das ist eine interessante Sache, dass da merkt man sofort, dass das ganz grundlegend vom Naturrecht abweicht, wo, wenn früher Menschen ins Gericht gegangen sind, ja, da mussten sie ihre Forderung mit einer Erklärung unter Eid begründen und es wurde diese Erklärung unter Eid dann dem Schuldner zugestellt von Seiten des Gerichts und noch dazu musste der, der ins Gericht ging, also der sogenannte Gläubiger, dem Gericht ein Bond geben oder eine gewisse Menge an Gold, um sozusagen das Gericht schadfrei zu halten, um es zu versichern sozusagen, im Falle, dass sich hinterher herausstellt, dass das Gericht dem Gläubiger bei der Durchsetzung einer unrechtmäßigen Forderung geholfen hat. Dann wäre nämlich das Gericht haftbar, denn unter Naturrecht ist der haftbar, der etwas tut und nicht der einem anderen sagt, tue etwas. Und dann hätte das Gericht natürlich dafür haften müssen und der Gläubiger, der ins Gericht geht, der hat schon im Vorhinein für den Haftungsfall das Gericht schadfrei gehalten. Aber das ist das, was also ganz ordentlich unter Naturrecht abgelaufen ist, immer mit einer Erklärung unter Eid. Und einer solchen braucht es im administrativen Recht nicht. Wir hatten uns das schon angeguckt. Es ist operiert unter Admiralitätsrecht. Es ist operiert unter maritimen Recht eigentlich wirklich. Und das bedeutet, dass derjenige, der eine Forderung bringt in der Öffentlichkeit, der hat erst einmal immer Recht. Das heißt, die andere Seite ist schuldig oder ist der Schuldner. Immer. Und das darf man wirklich eigentlich nicht argumentieren, denn sonst fällt man in die Entehrung. Und dann ist es die Entehrung, die einem letztendlich das Bein stellt und nicht die Tatsache, dass man etwas nicht bezahlt hat. Es wird dann die Entehrung exekutiert. Wie hat man es gewagt, den anderen als Lügner zu bezeichnen? All dies kann nur dann möglich sein, wenn man auch eine administrative Heilung hat. Und dieser private administrative Prozess, der Annahme, den man immer zur Möglichkeit hat, ist immer die Heilung. Und dann ist die Frage, wie man das begleicht, ist eine zweite Frage. Das hat erst einmal gar nichts damit zu tun. Das Allerwichtigste ist, dass man das erst einmal annimmt. Jetzt, das ist auf jeden Fall so in Bezug auf Verträgen, die man hat mit irgendwelchen anderen Personen. Und da spreche ich jetzt natürlich von den natürlichen Personen, die Verträge haben mit juristischen Personen. Ja, das heißt, da spreche ich jetzt nicht von Männern und Weibern hier. In der Öffentlichkeit haben die Verträge bezüglich eines Werteaustausches, das ist eigentlich Verträge bezüglich eines geregelten Energieflusses. Den kann man vorher berechnen, den kann man nachberechnen, und man kann sehen, wie viel Energie, also wie viel Kraft in der Reorganisation der Masse im Staatskonkurs da wirklich vorhanden ist. Und das ist der Grund, warum die Dinge über Bankkonten gemacht wird. Denn da kann man genau sehen, wie die Dinge ablaufen. Und ich kann Ihnen da noch was sagen. In Großbritannien bei Banken hat man die Möglichkeit, bezüglich des Kontoauszuges, eine genaue Aufstellung zu fordern, in welchen wirtschaftlichen Bereichen man am meisten tätig ist. Mit anderen Worten, da steht dann eine Auflistung drauf. Da steht dann Energieversorgung. So und so viel ist in dem Quartal angefallen. Nahrungsmittel, so und so viel. Also alles genau kann da aufgeschlüsselt werden. Und die Banken wissen ganz genau, welchen Geschäftszweig oder welche Sache einer bestimmten wirtschaftlichen Kategorie zuzuordnen ist. Und kann das natürlich dann insgesamt, mal im groben Überblick, genau sehen, wo ist die größte Wirtschaftsenergie. Und das ist natürlich eine Kontrollmöglichkeit da. Wenn man bestimmte Wirtschaftszweige dann sozusagen restriktiv kontrolliert, dann haben die Menschen auch weniger Möglichkeiten da tätig zu sein. Oder man denkt, na die geben zu viel aus noch für Möbel. Ja, das heißt, da ist noch so und so viel Geld. Das heißt, das können wir uns wahrscheinlich holen in Form von einer Steuererhöhung und so weiter. Das heißt, das sind diese Gläubiger, die so die Personen behandeln. Die Personen, sage ich. Okay, denn die Personen gehören dem Staat, das sind auch Schuldner. und die müssen deren einziger Zweck für deren Existenz ist, das Einsammeln und das Beitragen zu den Zinsen bezüglich der Staatsschulden. Das heißt, die Personen, da wird so viel geholt, wie es irgend geht. Und jetzt, aber auf der privaten Seite ist das eine ganz andere Sache. Aber die haben wir nie wirklich auf den Plan gerufen. Und das müssen wir auch tun in Form von privaten administrativen Prozessen. Und das ist wirklich im Ablauf her nichts anderes als ein administrativer Prozess auf der öffentlichen Seite. Man muss sich erst einmal, bevor man anfängt mit einem administrativen Prozess, da gehen wir jetzt also auf den Sinn und Zweck und ein paar Strategien ein bezüglich der administrativen Prozesse, muss man sich erst einmal Gedanken machen, was will man überhaupt erreichen. Das heißt, man muss vorher das Ziel kennen. Was will man erreichen? Okay? Und in der Regel wollen wir erreichen, dass die andere Seite uns keine großen Schwierigkeiten da macht in Bezug auf eine Annahme zum Beispiel. Oder wenn es um eine Hypothek geht, vielleicht eines mit einem Zahlungsversprechen und so weiter. Aber diese Dinge müssen immer gut vorbereitet werden, vor allem gedanklich. Das heißt, was ist der Sinn und Zweck, den wir verfolgen und erreichen wollen? Und das erste Dokument, was wir im Hinblick auf so ein Ziel verfassen, das muss so gestaltet sein in der Art und Weise, dass es alle wichtigen Elemente und Komponenten und Stipulationen, mit anderen Worten, Vorschläge an die andere Partei, die sie nicht ausschlagen kann, wirklich, weil sie auf einem guten, sauberen Verständnis der Geldpolitik basieren, beinhalten. Das heißt, das muss alles sauber in diesem ersten Dokument drinstehen. Und dann muss man natürlich auch das auf ein gutes Verständnis der Prinzipien basieren. Das heißt, wenn ich weiß, ich habe fünf Jahre lang meine Wasserrechnung mit Überweisung bezahlt oder ausgeglichen, dann weiß ich, dass da eine wirklich starke Vertragskomponente vorhanden ist, nämlich mein konkludentes Handeln. Das hat der anderen Partei gesagt, ich werde das so zahlen und ich habe das auch schon gezahlt und es gibt keinen Grund zu vermuten, dass ich das jetzt ändern will. Das heißt, will man diese Dinge ändern, dann muss man einen administrativen Prozess einleiten, um diese zu ändern. Und das wäre hier in dem Fall zunächst einmal, bevor man überhaupt mit einer Annahme daherkommt, die Variierung des existierenden Vertrages. Das ist Schritt Nummer eins. Und dann gibt man eine Frist, dann sagt man, in vielleicht drei Monaten mache ich das anders oder vom nächsten Monat ab. Je nachdem. Da muss man sich Gedanken drüber machen und das ist sicherlich auch abhängig von der eigenen wirtschaftlichen Situation. Und das ist also Strategie. Nicht, dass man einfach eines Tages eine Annahme hinschickt, wie das leider Gottes viele tun, was an und für sich rein finanztechnisch oder kommerztechnisch nicht falsch ist, aber es ist vertragstechnisch, ist es ein Bruch des Vertrages. Es ist ein Bruch des Vertrages. Und sie werden dann nicht wegen Nichtzahlung eigentlich verklagt, auch wenn das so aussieht, sondern sie werden deswegen verklagt, weil sie den Vertrag gebrochen haben. Und zu dem Vertrag gehört ihr konkludentes Handeln. Und all das darüber wird gar nicht gesprochen im Gericht. Sondern der Richter sieht das, der sieht die Belege. Da kommt der Wasserversorger daher und zeigt die Belege, dass sie jahrelang überwiesen haben. Er zeigt den Vertrag und das nimmt der Richter, was wirklich dahinter steckt, nämlich ihre Vertragsbindung aufgrund ihres konkludenten Handelns, als Teil des Vertrages. Und jetzt auf einmal tun sie das nicht mehr, ohne ihn zu variieren. Das heißt, es liegt ein Vertragsbruch vor, wegen Nichtzahlung. Das ist also rein logisch gedacht, ist das natürlich völlig korrekt, dass sie das so sehen. Da ist nichts verkehrt dran, das so zu sehen. Denn Verträge muss man variieren. Mit anderen Worten, worauf destilliert sich das zusammen? Auf ein ganz einfaches Prinzip. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, die Dinge sind wirklich ganz einfach. Und das ist ganz einfach so, dass man dem anderen mitteilen muss, wenn man etwas ändert in einer Beziehung. Nehmen wir wieder ein Beispiel aus dem ganz natürlichen Leben. sagen, wenn der Ehemann auf einmal ständig auf Geschäftsreise ist, von heute auf morgen, er kommt abends nicht nach Hause und ist dann eine Woche lang weg und kommt dann irgendwann wieder her und hat mit seiner Frau nicht gesprochen, sie konnte ihn nicht erreichen und so weiter. Ja, glauben Sie, dass das nicht dazu führen wird, dass der Haussegen hinterher schief hängt? Ja, das sowas macht man nicht. Das heißt, man sagt zu seiner Frau, du, ich werde jetzt die nächste Woche auf Geschäftsreise sein, du kannst mich da und da erreichen. Okay, und auch wenn das vielleicht der Frau nicht so gefällt, so weiß sie wenigstens, aha, mein Mann ist auf Geschäftsreise. Das ist einfach sauberes, gutes Verhalten, dass man die andere Partei informiert, wenn sich irgendetwas ändert. Und worauf ist das letztendlich zurückzuführen? Das ist natürlich auf das Recht durch Gewohnheit zurückzuführen. Das ist ein substanzielles Recht, ganz substanziell. Das heißt, liegt eine gewisse Gewohnheit vor oder auch ein Gebrauch, dann muss man das nicht extra in ein Gesetz formulieren, in einem positiven Recht formulieren, wenn es eh Gebrauch ist und jeder, das als Gebrauch versteht, es jeder mehr oder weniger verwendet. Oder aber wenigstens die Handlungsweisen aufgrund dieses Gebrauches versteht und für selbstverständlich empfindet. Und da sehen Sie, wie die Dinge, die aus dem Naturrecht kommen, ihr Spiegelbild finden, auch im Kommerz und auch in den administrativen Prozessen. Das heißt, die administrativen Prozesse verletzen wirklich nicht per se, sage ich jetzt per se, die Auswirkungen im Einzelfall eines administrativen Prozesses können das tun, aber per se verletzen sie nicht die substanziellen Rechte der Männer und Weiber. Und das ist wichtig, dass man das versteht. Per se tun sie das nicht. Im Einzelfall, ja, kann der Effekt, also die Auswirkung eines vollzogenen administrativen Prozesses die substanziellen Rechte einzelner Männer und Weiber belangen, wo dann auch eine Heilung da natürlich vorliegt. Aber per se, von sich aus, tun sie das nicht. Das heißt, sie müssen auch gewissermaßen die substanziellen Rechte wahren und das tun sie auch. Das heißt, mit anderen Worten, man hat diese natürlichen Prinzipien einfach verpackt in einen flüssig laufenden administrativen Prozess. Und deswegen spricht man im Gericht von der Zivilprozessordnung, von der Strafprozessordnung, von der, weiß ich nicht was, Gerichtsvollzieherordnung, ja, das sind alles Prozesse, die da beschrieben werden. Und wenn man da genau hinguckt, dann ist da nichts dabei, wo man sagen kann, hier per se verletzt dieser Schritt hier oder die Kombination von Schritten die substanziellen Rechte. Das kann man nicht sagen. da wird, das wird einem schwerfallen, so etwas zu finden. Und das wäre dann, wenn das tatsächlich der Fall wäre, wenn man so etwas finden würde, dann wäre das ungesetzlich und sowas kann man natürlich kippen. Aber dann kippt man nur einzelne Kombinationen oder einzelne Absätze und Paragrafen, niemals das ganze Ding, denn das ganze Ding, es ist unwahrscheinlich, dass das ganze Ding in jedem einzelnen Schritt die substanziellen Rechte eines Mannes oder eines Weibes verletzt. Ja, das, es ist keine Diktatur, zumindest nicht durch die administrativen Prozesse. So, und das müssen wir also auch in unseren administrativen Prozessen berücksichtigen, dass wir immer bestimmte Prinzipien aufrechterhalten. Und das ist, dass man der anderen Seite ankündigt, was man tun wird oder ändern wird. Ja, dass man damit dann auch der anderen Seite die Möglichkeit gibt, dem zu widersprechen, indem sie klar macht, dass sie dadurch einen Rechteverlust erleidet, der sozusagen nicht aufgefangen wird durch die Änderung, durch die vorgeschlagene Änderung. Das heißt, Partei B, die eine Vertragsänderung vorschlägt, gegenüber Partei A. Partei A sieht das und macht dann Partei B gegenüber geltend, Nee, das können wir so nicht machen und zwar deswegen, weil sie keinen gebührlichen Ausgleich anderweitig bereitstellen für den Rechteverlust, den wir durch diese Veränderung hinnehmen müssen. Also, mit anderen Worten, gebe ich jemandem 100 Euro und der verspricht mir, die mir zurückzugeben und dann eines Tages gibt er mir anstattdessen einen Sack Kartoffeln, dann muss ich sagen, muss ich ihm sagen, nee, du, das ist aber nicht der Wert, das ist, das kann ich so nicht annehmen, weil das nicht dem Wert entspricht dessen. Schau mal, ob du da eine andere Möglichkeit findest, wenn du die 100 Euro nicht zahlen kannst. Und ich kann ihn dann diesbezüglich einfach in den Verzug setzen. Wenn er aber daherkommt und sagt jetzt, du, ich kann die 100 Euro nicht aufbringen, aus dem einen oder anderen Grund und ich gebe dir jetzt so lange Kartoffeln, bis die 100 Euro abbezahlt sind, dann muss ich mir jetzt überlegen, verliere ich dadurch einen Wert oder ist das ein unzumutbarer Werteverlust. Naja, für 100 Euro Kartoffeln, ich kann damit wahrscheinlich meine Familie eine ganze, eine längere Zeit ernähren. Okay, also die Sache ist die, ich muss sagen, nein, ist es letztendlich nicht. Es ist kein Werteverlust. Es ist ein anderer Wert, ich kriege zwar die 100 Euro nicht wieder, mit anderen Worten, was dadurch entstanden ist, ist, ich habe vom anderen Kartoffeln im Wert von 100 Euro erworben und die liefert er mir regelmäßig jetzt, bis die 100 Euro sozusagen verbraucht sind. Das heißt, das ist eine, eine andere Transaktion, eine andere geschäftliche Transaktion, die zu keinem wirklichen Werteverlust führt. Jetzt ist es aber so, dass es zu einem Profitverlust führen kann und sobald Profit ins Spiel kommt und das ist ja bei öffentlichen Firmen immer der Fall, Profite, sobald die ins Spiel kommen, dann sieht die ganze Sache etwas anders aus. Denn es geht hier nicht mehr nur um das Kapital jetzt, sondern es geht um die Profite. Mit anderen Worten, um wieder ein substanzielles Bild zu finden, leihe ich jemandem 100 Euro für ein Jahr und verlange dafür 10% Zinsen, dann will ich nach einem Jahr 110 Euro zurückhaben. Okay? Und ich baue auf diese, auf diesen Profit in Form der 10 Euro, denn aus diesem Grund mache ich solche Art von Geschäften. So, jetzt kommt er daher und will mir alles, zuzüglich der Zinsen, in Kartoffeln im Wert von 110 Euro zahlen. Dann kann ich sagen, nein, das geht nicht. Die Profite, die Zinsen, die müssen sie bezahlen. Also die 10 Euro müssen sie zahlen und den Rest können sie mir in Kartoffeln liefern. Ja, denn sonst müsste ich einen wirklichen geschäftlichen Rechteverlust hinnehmen, nämlich, dass ich Profit machen will. Und in der Öffentlichkeit sind Profite eigentlich immer krimineller Natur, weil sie letztendlich, oder sagen wir nicht krimineller Natur, aber es kann es sein, wenn sie der anderen Partei alternative Heilungen verweigern. Ja, denn Profite machen in der Öffentlichkeit das Einbehalten von Geldern, die von der privaten Seite von Männern und Weibern kommen, das ist nicht gerechtfertigt. Gleiche ich also eine Rechnung von 100 Euro mit einer Annahme aus, dann haben sie keinen Gewinn gemacht. Okay, und jetzt ist aber hier in dem Fall das Streben nach Gewinn, das Streben nach Profiten nicht gerechtfertigt, weil sie eh auf Kredit hin operieren und nichts weiter sind als zur Eintreibung der Zinsen für die nationalen Schulden dienen. Alle Geschäfte, alle Firmen tun das in der Öffentlichkeit. Und solche Dinge, da muss man ein bisschen sich darüber Gedanken machen bezüglich des administrativen Prozesses, aber ich kann sie trösten. Sie werden das irgendwann selber erkennen, sofern sie das nicht schon haben. Und dann werden sie auch wissen, dass sie sich diesbezüglich keine Gedanken machen müssen, denn es ist nicht so, wie in einer substanziellen Transaktion, wo der eine etwas von sich gibt, was er schon hat und sozusagen das dem anderen gibt, dadurch seine eigene Substanz verringert und die des anderen vergrößert. Und das muss natürlich ausgeglichen werden, das ist klar. Sondern in der Öffentlichkeit haben diese Firmen, kriegen alles, reingestopft von vornherein. Okay, und sind dann dazu da, die Schulden, die Zinsen einzutreiben auf dieses Kapital auf diese vorbezahlten Kredite. Das ist deren Job. Auf der öffentlichen Seite ist das eine Zinseintreibung. Von der privaten Seite her ist das die Annahme der Zinsen. Wir nehmen die an und geben sie zurück. Vielen Dank für die Zinsen, die stehen mir zu. Aber hier, ich will sie nicht auf der Verbindlichkeit sitzen lassen, denn das darf ich gar nicht. Denn die können das ja nicht zahlen. Das heißt, dann bleibt denen nichts anderes übrig, als das sozusagen über das Budget der Person in der Öffentlichkeit zu verrechnen. Also diese Dinge sind wichtig, dass man sich darauf konzentriert. Das heißt, man hat im Privaten ganz offensichtlich hier eine bessere Heilungsform. Denn man kann dort die Geldpolitik damit einbeziehen in seine eigenen Prozesse, ohne dass man jetzt aus seiner eigenen Substanz etwas geben muss. Und das heißt, mit der Vorlage des ersten Dokumentes machen wir solche Stipulationen, die vernünftig sind, die berücksichtigen das Verhältnis, in welchem wir mit der anderen Partei sind, wie zum Beispiel in einem Vertragsverhältnis, der erst einmal variiert werden muss. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt auf rein öffentlicher Seite macht, möglicherweise lehnen die das ab. Okay, aber der andere Vertrag ist ja auch auf öffentlicher Seite zustande gekommen. So vielleicht ist es keine schlechte Idee, wenn man das erste Mal auf der öffentlichen Seite versucht. Kriegt man dort keine Heilung, dann ist man gezwungen, ins Private zu gehen. Und dann macht man das Ganze von der privaten Seite her in Form einer Erklärung unter Eid. Nichts funktioniert letztendlich wirklich, wenn Sie nicht eine Erklärung unter Eid gemacht haben. Mit unbegrenzter Haftung. Denn das sticht die Haftung aus und fordert den anderen, der sich hinter einer Person versteckt, so wie wir das vorher auch getan haben, fordert ihn jetzt heraus, nachzuweisen und zu beweisen, in Form eines Gegeneids oder einer Gegenerklärung unter Eid, dass er völlig recht hat und dass die Sache in Stein gemeißelt ist, so wie Sie das wollen. Der private administrative Prozess wird immer oder sollte immer in Form einer Erklärung unter Eid gemacht werden. Das ist ganz besonders wichtig. Und auch da gilt natürlich ansonsten administrative Prinzipien, die der fristen. Wenn der andere nicht bis dahin, dahin die Tatsachen widerlegt. Und das sind Tatsachen, wenn ich die unter Eid aussage mit unbegrenzter Haftung, dann sind das Tatsachen. Darüber gibt es nichts zu streiten. Das sind Tatsachen. Und wehe, wehe, ich lüge, wenn ich eine Erklärung unter Eid mache mit unbegrenzter Haftung. Da sei ich mir am besten ganz sicher, dass alles, was ich schreibe, korrekt ist. Das heißt, dass die Rechtsauffassung, die ich habe, korrekt ist. Oder zumindest, dass ich der absoluten Überzeugung bin, dass sie korrekt ist. Das sind die Tatsachen dann bezüglich meiner Sichtweise, meiner Rechtsauffassung. Und wenn die natürlich untermauert sind mit Prinzipien des Naturrechts, was man übrigens nicht schwarz auf weiß schreibt, sondern was von alleine sichtbar wird, in der Art und Weise, wie man die Dinge dort als Tatsachen darstellt. Das ist nicht weiter schwer, wirklich. Ja, das ist eigentlich sehr einfach. Dann haben die natürlich gleich dreimal so viel Biss. Denn das ist etwas, wogegen der andere nicht sagen kann. Wo der andere nicht daherkommen kann mit unbegrenzter Haftung und sagen kann, er lügt. Das ist falsch. Und hier ist, warum es falsch ist. Ja, da muss der andere wirklich ganz genau wissen, dass das, was ich als Tatsachen in meiner Erklärung unter Eid dargestellt habe, falsch ist. Und das kann die andere Partei nicht. Warum nicht? Weil ich sie jetzt auf die private Seite ziehe, mit anderen Worten, ich sage, du bist jetzt verantwortlich und jetzt genehmige ich dir nicht mehr, dass du eine öffentliche Person verwendest, eine öffentliche Position, auch wenn es dein Job ist, um mir in der Substanz einen Schaden zuzufügen. Das erlaube ich dir jetzt nicht mehr. Okay, wir müssen die Dinge so regeln können, denn ich bin der absoluten Überzeugung, dass mein Heilungsvorschlag, meine Heilung, zum Beispiel die Annahme, dir keinen unzumutbaren Rechteverlust zufügt. Und dass es durchaus ein Papier ist, mit der du etwas anfangen kannst, die Wert hat für dich zur Verrechnung und die sozusagen die Schuld wirklich ausgleicht. So, mit anderen Worten, ich fordere den anderen jetzt heraus, Farbe zu bekennen. Denn das ist es, das was es ist. Jetzt nicht den Sachbearbeiter da irgendwo weiter unten in der Hierarchie, sondern wirklich weiter oben, wo man wirklich Menschen hat, die ganz anders aufgewachsen sind, ganz anders erzogen wurden, wie das, wie wir das normalerweise sind. Den fordert man jetzt heraus in das Territorium der unbegrenzten Haftbarkeit und da will er nicht sein. Mit hundertprozentiger Sicherheit will er da nicht sein, denn da weiß er, ist er unterlegen. Er ist unterlegen, weil er nicht die Wahrheit einfach unter Eid widerlegen kann. Da will er nicht sein. Das heißt, er wird versuchen, das zu missachten, diesen Prozess. Und das ist ja genau das, was wir ja im Grunde genommen, ja, jetzt würde ich nicht sagen wollen. Es ist ja doch immer besser, wenn man die Dinge regelt. Aber letztendlich können wir dann, wenn wir die Dinge von vornherein richtig machen und korrekt aufsetzen bezüglich unserer kommerziellen Angelegenheiten, der anderen Partei sehr hohe Haftungen zuweisen. Mit anderen Worten, es ist es für die andere Partei nicht mehr wert, hier zu plündern, denn die Haftung, die dann hinten von der privaten Seite herkommt, die wird so hoch sein, dass es besser gewesen wäre, wenn man vielleicht die 3000 Euro jährliche Stromrechnung oder Wasserrechnung so einfach jetzt verrechnet hätte. Ja, und dann auf einmal kommen da exorbitante Verbindlichkeiten und Haftungen zustande. Das ist einfach nur kluger Geschäftssinn, wenn der dann sagt, na, da verbrennen wir uns jetzt die Finger lieber mal nicht. So, also er muss dann, wenn er das ungültig machen will, meine Erklärung unter Eid, meine Vorlage in Form einer Erklärung unter Eid, dann muss er mit derselben Haftung auftreten, wie ich. Und das ist unbegrenzte Haftung. Das heißt, er verliert den Schutz der Person, er verliert den Schutz der Genehmigung der Plünderung auch, die er auf der öffentlichen Seite hat, auf der privaten aber nicht. Und von daher wollen die sich dort gerne völlig fernhalten und raushalten. Und da sieht man, da kann man schnell gewinnen. Und jetzt setzt man da natürlich auch eine Frist, eine vernünftige Frist. Wenn es eilt, können es fünf Tage sein. Wenn man weiß, der Postlaufweg normalerweise ist zwei Tage, naja, dann gibt man fünf Tage. Zwei Tage, bis es hingeht, einen Tag, bis er es beantworten kann und zwei Tage Rückweg. Und vielleicht schickt man ihm das Ganze vorab per Fax und das kann man in der Art und Weise tun, dass man ein Deckblatt oben drauf und sagt, nur für die Augen des Chief Financial Officers. Und dann schickt man das aber gleich per Post hinterher, dass der etwas Schriftliches hat. Eine Erklärung unter Eid, also einen administrativen Prozess, wo man eine Erklärung, Erklärung unter Eid macht. Die schickt man nie im Original. Ja, man kann in dem Fall eine beglaubigte Kopie schicken, sofern diese Erklärung unter Eid nicht schon gleich auch eine Verbindlichkeit bedeutet. Dann kann man das tun. Aber man kann also eine beglaubigte Kopie machen oder aber eine einfache Kopie machen lassen und obendrauf stempeln, Kopie vom Original, ohne das zu beglaubigen. Denn in der Regel will man immer im Besitz der Originaldokumente bleiben. Denn es sind die Originaldokumente, die dann später wirklich den Wert schaffen. Vor allen Dingen immer die Verzüge. Das Inverzug setzen ist das, was im administrativen Prozess den Wert schafft. Vorher das Dokument nicht, erst der Verzug. Erst der Verzug. Und will man etwas abbrechen, weil man merkt, das habe ich in den Sand gesetzt oder da war meine Strategie falsch oder nicht gut durchdacht. Was man einfach tut ist, man teilt der anderen Partei mit, dass man aus bestimmten Gründen auf eine Inverzugssetzung bezüglich dieses und jenen Prozesses verzichtet. Und damit hat das Ganze keine Rechtskraft, keine kommerzielle Gültigkeit. Man verzichtet auf den Verzug. Man zieht aber das niemals zurück, was man geschrieben hat. Okay, auch wieder geht es hier um die Wahrung der Rechte. Und wir müssen immer uns überlegen, alles was wir heute tun im kommerziellen rechtlichen Bereich ist, ist etwas, was ich tue, ein Rechteverlust des anderen, dem ich es tue. Ist dieser Rechteverlust gerechtfertigt oder ist er ungerechtfertigt? Ist er gerechtfertigt, weil ich ihm ein anderes Recht gebe, was wirklich gleichen Wert für ihn hat? Dann ist es gerechtfertigt. Oder aber entziehe ich ihm etwas, was ich ihm vorher zugesagt hatte und zwar ersatzlos. Na dann bekomme ich Schwierigkeiten. Das ist klar. Ja, das muss man also immer bedenken. Alles was man tut in diesem Hinblick ist rechte Wahrung, rechte Verlust. Und keiner will ein Recht verlieren. Sie ja auch nicht. So, und ein rechter Verlust im Kommerz kann überhaupt nur dann geschehen, wenn ein Verzug eingetreten ist oder aber es sich um einen sogenannten Statute Staple Vertrag handelt. Das heißt, das sind Verträge, das hatte ich mal erwähnt, die sind im, ich denke, das war im 12. Jahrhundert aufgetaucht, das war ein jüdischer Gebrauch unter jüdischen Kaufleuten. Das heißt, in dem Moment, wo eine bestimmte Tatsache eintrat bezüglich eines Vertrages, eine Klausel in Kraft trat, zum Beispiel der andere hat nicht pünktlichst bezahlt, dann galt schon gleich die Exekution und da hat man der anderen Partei schon die ganzen Exekutionsrechte mit reingeschrieben, wie zum Beispiel, dass er das Haus nehmen darf, Hund, Katze und so weiter und so fort. Das nennt man ein Statute Staple. Das heißt, so ein Vertrag muss nicht vors Gericht und auch damals der König hatte die als sinnvoll betrachtet, aber er sagte, das können wir meinen Untertanen so nicht auferlegen, denn sie sind erstens mal keine Kaufleute und zweitens sind sie keine Juden. Aber der Sinn dahinter ist praktisch, weil man so schnell seine Rechte wahren kann unter Verträgen, aber es muss das Recht der Petition geben, um sozusagen den König zu pätetieren, dass er sich einer bestimmten Schuld doch annehme und es eben dann ein Gerichtsverfahren gibt. Das ist die Petition. Das heißt, Sie sehen, dass diese kommerziellen Prinzipien sehr alt sind. Petition ist immer ein kommerzieller Prozess wirklich, in der Admiralität eigentlich. Das ist das Interessante. Und sowas sehen Sie heute in den Verträgen bezüglich Hypotheken, dass Sie der Bank weitgehende Rechte einräumen bezüglich, dass Sie das Haus nehmen dürfen und so weiter. Ja, Grundschuld eintragen. Das sind alles Statute Staple Verträge. Und eigentlich, rein streng genommen, müssten Sie gar nicht deswegen vor Gericht. Aber in Deutschland müssen Sie das schon, weil Deutschland ist es eben nicht nur eine administrative Exekution, sondern sie muss durch ein Gericht bestätigt werden. Und nur dann, wenn der andere gute Gründe hatte, diese Schuld nicht zu bezahlen, nur dann kann ein Gericht den Vertrag für ungültig erklären. Das ist aber sehr selten der Fall. Sehr selten. Ein Gericht mischt sich nicht eigentlich in die Verträge ein. Und wirklich, es ist eine administrative Exekution letztendlich doch, weil das Gericht bestätigt nur den Titel der Bank zum Beispiel. Darum geht es wirklich. Also wir müssen da in den privaten Prozessen dafür sorgen, dass wir uns wirklich an die Tatsachen halten. Und die Tatsachen müssen darauf abzielen, dass das, was ich hier will, erstens mal auf guten, sauberen, fundierten Grundlagen des Naturrechts basiert. Nummer eins. Dann Nummer zwei natürlich auf den damit verbundenen Spiegelbildern in der Kommerzwelt. Und Nummer drei natürlich auch unter Vertragsrecht. Denn was ich einem anderen zusage, das muss ich einhalten. Auch wenn ich es nicht einhalten kann, da muss ich einen anderen Weg finden. Und es bleibt dann der Partei A immer noch überlassen, mir die Schuld zu vergeben und zu sagen, ach, weißt du was, ich vergib dir das jetzt. Das ist natürlich das Nobelste. Aber wie jeder unschwer erkennen kann, kann das auch nicht jeder immer tun. Denn man ist ja abhängig von den Dingen, die man gibt, dass man da etwas dafür bekommt, wovon man leben kann, wo man sein eigenes Leben mit gestalten kann. Das heißt, es ist vielleicht wirtschaftlich nicht immer klug, immer alles zu vergeben. Aber es gibt Leute, die vergeben alles und denen wird dann auch alles vergeben. Auch dann stehen sie vor dem Gericht und sagen, ich habe allen meinen Schuldnern das vergeben, was sie mir schulden. Weil ich bemerkt habe, in was für einer hoffnungslosen Situation man ist, wenn man die Schulden nicht bezahlen kann. Und wie oft ist es dann passiert, dass ein Richter gesagt hat, naja, dann muss ich natürlich die Bank ersuchen, da auch eine entsprechende Haltung einzunehmen. Und dann konnte man ja auch letztendlich nichts exekutieren. Also das sind hier der administrative Prozess, in den gedanklichen Zusammenhängen erläutert, indem wir ihn verwenden. Und verstreicht eine Frist, dann schickt man auch noch mal eine Erinnerung. Wir nennen das eine Erinnerung. Ich würde das nicht Mahnung nennen. Das ist sowas wie Ermahnen. Das ist so ein bisschen von oben herab, sondern eine Erinnerung. Und es gilt im Recht ganz allgemein, dass die Natur eines Dokumentes nicht durch dessen Titel, also Überschrift bestimmt ist, sondern durch den Charakter der Natur und der Form, wie es verfasst wurde. Das heißt, ich kann etwas Erinnerung nennen und dann da ein Marmorkuchenrezept draufschreiben und das dem anderen schicken. Das ist dann nicht eine Erinnerung, denn der Richter wird sehen, das ist ein Marmorkuchenrezept. Und er wird sagen, das ist also ein Marmorkuchenrezept in Form einer Erinnerung. Ja, oder andersherum, er könnte sagen, es ist eine Erinnerung in Form eines Marmorkuchenrezeptes. Und dann muss er sich Gedanken darüber machen, was für eine rechtliche Relevanz das möglicherweise hätte und kommt zu dem Schluss, also ich kann hier keine Gültigkeit oder keinen Bezug sehen zu dem Hypothekenvertrag und wird es also beiseite legen. Also es kommt nicht auf die Überschrift drauf an, sondern es kommt auf die Form und den Inhalt drauf an. Also auch wenn es eine Mahnung ist, der Form nach und dem Inhalt nach, so machen wir das in Form einer Erinnerung. Jetzt diese Erinnerung muss nicht unter Eid gemacht werden. Sie sollte in dem Stile sein, wie wenn sie unter Eid gemacht wäre, also in der gleichen Form, dieselben Worte verwenden, denselben Stil, den man verwendet. Ja, auch betonen, dass es privat ist. Aber wir brauchen das nicht unter Eid tun. Und da können wir übrigens auch das Original dann schicken. Da behalten wir lediglich eine Kopie. Denn das ist wirklich nur eine formlose Sache. Man will dem anderen nur ein bisschen einen Schubs in die richtige Richtung geben, im Falle, dass was passiert ist, dass er das nicht in Vergessenheit geraten lässt und dass er etwas tut. Und letztendlich aber kommt der Verzug auch von unserer Seite, auch von der privaten Seite. Und der Verzug ist immer, immer unter Eid zu leisten. Immer unter Eid zu leisten. Okay. Und da wird einfach nochmal beschrieben, was man administrativ gemacht hat. Da muss man nicht mehr nochmal drauf eingehen, auf den ganzen Inhalt der Originalvorlage, also des ersten Dokumentes an die andere Partei. Sondern da kommt dann sowas rein, wie dass an dem und dem Tage man ein Dokumentnamen sowieso, siehe Beilage sowieso, übersendet hat. Dass bis dahin, dahin nichts kam. Dass man eine Erinnerung geschickt hat. All das unter Eid. Und dass mit dem heutigen Tage wieder nichts kam. Und somit die andere Partei im Verzug ist. Und somit die folgenden Rechte gelten. Oder die andere Seite, der er verlustig gegangen ist. Ja. Und da dürfen sie nichts Neues hinzufügen. Man darf weder in einer Erinnerung noch in einem Verzug irgendwelche neuen Stipulationen machen. Irgendwelche neuen Verbindlichkeiten der anderen Partei auferlegen. Das geht nicht. Das heißt, man kann lediglich das wiederholen, was man sowieso in der Erklärung unter Eid als Stipulation bezüglich einer Nicht-Antwort durch die Partei A sozusagen für Rechte erwerben würde. Ja. So, der Verzug selber ist ex parte. Das heißt, wir müssen nicht noch einmal denen das eigentlich hinschicken. Aber im Privaten tun wir das. Wir schicken niemals das Original. Denn der Verzug ist wirklich das Papier, was den Wert schafft. Das ist das, was den Wert schafft. Nichts vorher schafft den Wert. Das, was vorher war, dient lediglich jetzt sozusagen, ist dem Verzug untergeordnet. Das dient als Fundament des Verzuges, was nett ist, wenn man das mal lesen kann. Aber interessieren tut es keinen letztendlich. Ja, ich weiß das von Banken. Das erste, wonach sie suchen, ist der Verzug. Und dann gucken sie sich an. Aha, dann schauen sie sich den Wert an. Oh, okay, solche Rechte, ja, das ist okay. Aber sie interessiert es nicht, wie das zustande gekommen ist, warum das zustande gekommen ist, das interessiert sie nicht. Das erste, wonach sie gucken, ist der Verzug. Und der ist ex parte. Aber einfach nur der guten Form halber schicken wir das an die andere Partei. Und jetzt kommt etwas Interessantes, das habe ich und andere immer wieder erlebt. Das ist, dass zwar die privaten Dokumente niemals in die Akte wirklich kommen, und das kann man auf eine bestimmte Art und Weise feststellen, dass aber die Verzüge immer in den Kundenakten drin sind. Und das ist ein interessantes Phänomen. Nun, wie kann man sowas feststellen? Es gibt in Großbritannien, wie auch in den Vereinigten Staaten, sowas wie den Freedom of Information Act, also das Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, jeder kann an eine Firma schreiben und von denen verlangen, dass sie eine vollständige Kopie aller Daten, Papiere, Korrespondenz, E-Mails und so weiter einem zuschicken, die sie von einem haben oder über einen haben. In der Regel ist das natürlich das, was man selber geschickt hat und das, was sie geantwortet haben. Und das dauert eine Weile. Da muss man auch bis zu zehn Pfund in Großbritannien dafür bezahlen. Aber manchmal kann das sein, dass man da einen Karton voll bekommt. Und da sind die Verzüge, die auch bezüglich privater Prozesse erreicht wurden, immer mit drin gewesen. Was aber nicht drin war, waren die vorherigen privaten Dokumente selber. Und das bedeutet etwas, und das ist etwas, was wir lange vermutet haben und was sich auch immer wieder bestätigt hat. Und das ist, dass die Verzugssetzung automatisch auch eine gewisse öffentliche Anerkennung findet. Sie wissen, es ist ein Verzug vonstatten gegangen und die wissen auch, dass es jetzt auf die Kompetenz und die Ausdauer desjenigen ankommt, diese somit privat administrativen erworbenen Rechte durchzusetzen, desjenigen, der sie gemacht hat. Aber sie können das herzlich wenig berücksichtigen in der Öffentlichkeit. Das heißt, irgendwann passiert etwas dann von der privaten Seite her, was die auf der öffentlichen Seite zum Einhalten zwingt. Und wir sprechen über diese Mechanismen in der Zukunft noch genauer, was da genau passiert. Aber es wird sie dazu zwingen. Aber das hängt von ihrer Ausdauer darauf ab, wirklich. Von ihrer Ausdauer, von ihrer Kompetenz in Bezug auf naturrechtliches Wissen, auf die Spiegelbilder im Kommerz, auf gute Beobachtung, was passiert. Und wenn sie wirklich einen guten Lehrmeister brauchen bezüglich administrativer Prozesse, dann sage ich ihnen eines, schauen sie sich an, wie der Staat das macht. Was gut genug ist für die, das muss auch gut genug sein für mich. Ist ein guter Lehrmeister. Der zeigt ihnen, wie es gemacht wird. Dabei schauen sie bitte immer nur auf die Prozesse und den Ablauf, nicht jetzt auf den Inhalt. Auch wenn das Papier innerhalb eines administrativen Prozesses sie ärgert, vergessen sie das mal. Jetzt erkennen sie, ah, das ist eine Vorlage. Die fangen hier einen administrativen Prozess mit mir an. Und ich schaue besser mal, dass ich hier nicht in Verzug gerate. So. Warum gibt es in der Öffentlichkeit so großzügige Fristen in administrativen Prozeduren, wie zum Beispiel 30 Tage? Das passiert auch wieder auf uralten Prinzipien. Aber die Öffentlichkeit ist belastet. Die ist belastet mit Schulden, die ist belastet mit Sünde, wenn man so will. Und unter dieser Last kann man nicht so frisch und frei operieren wie jemand, der unbelastet ist oder sündenfrei. Denn der hat überhaupt keine Verbindlichkeiten. Das heißt, der kann ad hoc natürlich sofort die Dinge alle schneller erledigen und kann auch einfach wirklich jeden Tag das tun, wozu er gerade lustig ist. Das ist nicht jemand, der für 20 Jahre jeden Morgen um sieben aufsteht und um acht in der Arbeit ist. So jemand ist das nicht. Aber die, die das müssen, die sind schwer belastet. Die haben doch gar keine Möglichkeit, wenn die dann um fünf Uhr nach Hause kommen oder um vier Uhr oder später noch, dann noch da schnell ad hoc sich dieser Verbindlichkeiten anzunehmen. Das geht gar nicht. Die Zeit ist gar nicht möglich. Aber es liegen dann Wochenenden dazwischen und vielleicht auch Ferien und es gibt dann die Daueraufträge und so weiter. Ja, alle diese Dinge, die kann man tun, um sozusagen sich zu entledigen dieser administrativen Belastungen in der Öffentlichkeit. Und die Fristen sind natürlich auch viel größer. Die sind immer das Zehnfache in der Öffentlichkeit. Im Privaten, also wenn Sie eine Frist haben in der Öffentlichkeit, dann teilen Sie die durch zehn. Und dann wissen Sie, wie viel Frist Sie im Privaten haben. Ja. Und das ist in privaten Prozessen. Vor allen Dingen, wenn man reagiert. Das heißt, wenn man auf eine Vorlage hin reagiert und man will eine Vorlage aus der öffentlichen Seite in die private Seite übernehmen und mit ihr privat umgehen, dann hat man wirklich nur 24 Stunden. Okay, ich sehe das. Das liegt mir vor. Eingangsstempel drauf. An dem Tag, wo der Eingangsstempel drauf ist, da mache ich zum Beispiel die Annahme. Und an demselben Tag schicke ich das auch noch weg. Ja, das alles sozusagen in einem Tag passiert. Innerhalb einer 24-Stunden-Periode. Aber diese 24 Stunden enden immer mit Mitternacht. Nach Mitternacht fängt ein neuer Tag an. Das heißt, man hat wirklich nicht viel Zeit. Und das bei den meisten, wo das mit den Annahmen ein ewiges Hin und Her ist, ist ganz einfach, weil sie sich daran nicht halten. Und dann kommen natürlich Fragen. Ja, aber meine Güte, ich bekomme jeden Tag eine Rechnung. Ich kann doch nicht jeden Tag das tun. Dann ist das, dann denkt man wieder nicht weit genug voraus. Das heißt, man muss die Dinge ja auch vereinfachen. Und nichts hindert einen daran, bei seinen verschiedenen Versorgern, denen eine Mitteilung zu machen. Eine Variierung des Vertrages zum Beispiel. Ja. Einen administrativen Prozess, eine Vorlage der einer Variierung. Wie zum Beispiel, dass man eine annahmefähige Rechnung, Stromrechnung, eine geschätzte Rechnung für die ganzen nächsten zwölf Monate von denen bekommt. Die einem zur Annahme vorgelegt wird. So. Ja. Und kommt die da nicht, dann schätzt man die selber. Dann schreibt man selber eine Rechnung, man zieht diese Rechnung auf seinen eigenen Namen zugunsten der anderen Partei und nimmt die für Wert an. Und schickt es denen hin. In, im Einklang mit den administrativen Vertragsvariierungen, die wir erzielt haben. Niemand kann einen daran hindern, denn man begünstigt ja nicht sich selber. Man entzieht ja dem anderen kein Recht dadurch. Ich kann eine Rechnung auf meinen eigenen Namen ziehen oder auf den Namen der Person und die andere Partei unter dieser Rechnung begünstigen. Ist überhaupt kein Problem. Das kann ich doch tun. So. Und dann gleicht man das im Vorrang heraus aus, sodass man nicht dann jeden Monat, ja, diesen administrativen Aufwand hat. Das heißt, man gestaltet die Dinge so, dass auch private administrative Prozesse zeitlich möglich sind. Und ich sage Ihnen eins, im Privaten können Sie nichts anbrennen lassen. Können Sie nicht. Sie haben nicht die Fristen, die die Ihnen setzen. Wenn die bitten, um 14 Tage, innerhalb welcher Sie etwas tun. Sie haben keine 14 Tage. Sie haben 24 Stunden, um die Sache von der privaten Seite her zu regeln. Danach sind Sie in der Öffentlichkeit. Das ist strikt. Das ist streng. Jetzt sehen Sie schon, dass es keine besonders gute Idee ist. Vielleicht muss man das manchmal tun aufgrund von Notwendigkeiten. Das verstehe ich natürlich schon. Aber es ist generell gesehen keine gute Idee, wenn man einfach anfängt mit Annahmen und Akzeptanzen und administrativen Prozessen, wenn man das nicht versteht. Denn da kommt man so schnell ins Schleudern und ins Schwimmen. Und man kann einfach den Druck und diese Zeitnähe, die man immer aufrecht erhalten muss, in Bezug auf Antworten und auch bezüglich der eigenen Prozesse, ja, die aufrecht zu erhalten, dass das dann in einen endlosen Stress ausartet. Das heißt, man muss sich erst einmal hinsetzen und sich überlegen, wie kann man administrativen Prozess so nutzen, dass man sich erst einmal Raum schafft, dass man sich Zeit schafft. Das ist das Erste. Denken Sie wahrscheinlich, was heißt das hier Zeit schafft? Er hat doch gerade gesagt, man hat nur 24 Stunden. Naja, dass man sich Zeit schafft, in der Art und Weise, dass man den Abstand von bestimmten Verbindlichkeiten, die ja immer wiederkehren, vergrößert. Okay, und das macht man erst einmal administrativ. Jetzt sind Sie in einer prekären finanziellen Lage und Sie wissen schon im Vorhinein, dass Sie nächsten Monat oder übernächsten Monat Ihre Stromrechnung nicht werden ausgleichen oder bezahlen können, Ihre Wasserrechnung, Ihre Steuerrechnung, was auch immer, dann melden Sie sich sofort bei denen. Okay, sagen, teilen Sie Ihnen das mit. Sie müssen da noch nicht einmal gleich eine Heilung vorschlagen, sondern Sie teilen einfach mit, dass Sie an einer, an verschiedenen Möglichkeiten arbeiten, um einen Rechteverlust der anderen Partei durch diese Verzögerung, würde ich sagen, jetzt nicht Verzug, sondern diese Verzögerung möglicherweise, die entstehen möge, zu verringern. Und dann wissen die schon, aha, das ist jemand, der macht sich Gedanken um unsere Rechte hier. Und jetzt kann man von Firmen halten, was man will. Man kann denken, was man will darüber. Leute, Vertrag ist Vertrag. Okay, es spielt keine Rolle, wer den abgeschlossen hat, ob das Christ, Jude oder Moslem war. Vertrag ist Vertrag. Und man ist verpflichtet unter einem Vertrag, die Rechte, die man dem anderen zugesichert hat, unter diesem Vertrag, so gut es geht zu wahren. Das heißt, man muss die wahren. Und es spielt dabei keine Rolle, ob die andere Partei eine milliardenschwere Firma ist, die das alles eh nicht kratzt. Denn ich habe nicht das Recht, jetzt schludrig zu sein, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil die andere Seite ein paar Milliarden mehr hat als ich. Okay, das hat damit gar nichts zu tun. So, und dazu dient administrativer Prozess. Und der ist im Privaten wie im Öffentlichen wirklich immer gleich. Nur im Privaten machen wir das in Form von Erklärungen unter Eid. Und das bitte, das darf man nicht unterschätzen. Da darf man nicht von abweichen. Denn tut man das nicht, ist es nichts weiter auch wieder nur als ein Stück Papier, was mit keiner Versicherung wirklich, mit keinem, mit keiner Haftung wirklich untermauert ist. Erklärungen unter Eid haben auch in Deutschland in einigen Fällen und in immer mehr Fällen, muss ich sagen, wirklich Erstaunliches bewirkt. Verfahren eingestellt und so weiter. Die wurden halt auch richtig eingebracht. Also einfach da geschickt sein und da jetzt nicht daran denken, dass das alles übermäßig kompliziert ist. Wie zum Beispiel, ja, was schreibe ich denn in der Erklärung unter Eid? Na, was schreiben Sie, wenn Sie von Ihren Ferien erzählen? Ja, und dann waren wir am zweiten Tag, haben wir dann einen Rundgang gemacht, da haben wir dann ein Kloster gesehen, ein altes Kloster aus dem 14. Jahrhundert. Die erzählen da ganz normal den Ablauf. Und nichts weiter ist das in der Erklärung unter Eid. Natürlich erzählen Sie da nicht von Ihren Ferien, sondern Sie stellen da die kommerziellen Gegebenheiten und Abläufe dar. Was man immer vermeiden muss, ist, dass man sich erklärt zu sehr. Okay, dass man das versucht recht zu fertigen, was man tut. Man stellt nur dar, was man getan hat. Jeder weiß im Commerz, dass wenn er eine Annahme bekommt und er verrechnet die nicht, dann ist das nicht rechtens. Das wissen die. Ja, denn sonst würden Sie sie Ihnen zurückschicken und sagen, tut mir leid, das können wir nicht annehmen. Das ist gegen öffentliche Geldpolitik. Das würden die sofort zurückschicken. Wir wissen, die schicken Annahmen zurück, wenn Defekte drauf sind. Aber ansonsten behalten Sie sie und Sie verrechnen es nicht. Und wie wir damit umgehen, darüber sprechen wir dann in der Zukunft noch. So, jetzt wie macht man überhaupt private Korrespondenz? Wie hält man diese Dinge auf der privaten Seite? Nun, indem man erst einmal alle Merkmale vermeidet, die darauf hinweisen, dass es sich um eine öffentliche Angelegenheit handelt. Wie zum Beispiel Adressen, Postleitzahlen und bestimmte andere Dinge, wo man sofort vermuten kann, aha, derjenige befindet sich in der Fiktion. Vielleicht macht es jetzt Sinn, wenn Sie sehen, dass der Kursleiter darauf besteht, dass E-Mails keine Adressen, Telefonnummern und so weiter drin haben. Warum nicht? Weil es nicht notwendig ist. Und wenn man unter jede E-Mail seine Adresse setzt, dann sagt man, man ist geschäftlich tätig. Denn nur Firmen haben die Pflicht, immer ihr Hauptquartier, also ihre Geschäftsadresse anzugehen. Nur Firmen haben diese Pflicht. Okay, mit anderen Worten, Sie übernehmen ständig Haftbarkeit in der Öffentlichkeit für all Ihre Korrespondenz, die Sie auch im E-Mail-Verkehr schicken. Und das müssen Sie nicht. Das müssen Sie nicht. Haftbarkeit basiert auf Verträgen, die nachweisbar sind oder aber auf Freiwilligkeit. Und warum gehen Sie freiwillig so eine Haftung ständig ein? Diese Dinge machen so einen Eindruck, wenn die später sehen im Gericht, die schauen da an, aha, der hat die E-Mail hier an den und den Versorger geschrieben und die sehen unten, dass da ihre gesamte Adresse drauf ist, dann wissen die sofort, naja, okay, er ist im Commerz tätig. Adressen sind Beweis für kommerzielle Tätigkeit in der Öffentlichkeit. Auch der volle Name, Vorname und Nachname. Es handelt sich hier nicht um Rufname oder Taufname und Familienname, sondern um Vorname und Nachname. Ja, wo ist der Name eigentlich hier? Das eine ist vor dem Namen, das andere ist nach dem Namen. Und wo ist der Name? Da sehen Sie, da wird etwas ausgespart, etwas ausgelassen. Und das ist Ihr wirklicher Name. Das ist Ihr Rufname, so wie Sie sich rufen. So wie Ihre Freunde Sie nennen. Das eine ist vor dem Namen und das andere ist nach dem Namen. Aber der wirkliche Name, der ist nie drauf. Und somit sind Sie in der Fiktion oder eingebettet in die sehr fürsorglichen Hände, in den fürsorglichen Schoß der Öffentlichkeit, wenn ich das mal etwas ironisch formuliere. Also man verwendet nicht diese Dinge wie Adressen, aber natürlich muss der andere die Möglichkeit haben, die Dinge irgendwo hinzuschicken, wenn er antwortet. Jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass man so eine Erklärung unter Eid, ganz privat, ohne große Adresse macht, ohne Anschrift überhaupt und dann einen Notar beauftragt, diese dem anderen zuzustellen und der andere auch an diesen antworten muss. Dann ist der Notar nämlich ein Zeuge. So habe ich das immer gemacht in Großbritannien. Der Notar war mein Service Processor. Das heißt, der hat das dann auch geschickt. Der war Zeuge, dass er das geschickt hat. Und in der Erklärung unter Eid stand drin, dass die andere Partei dies an mich schicken muss, den Mann natürlich zu Händen von. Und dann kam der Rufname und der Familienname des Notars. Er hat tätig als Notary Public, tätig als Notar. Und an der und der Adresse, Geschäftsadresse. Da war der Notar das Gateway zwischen privat und öffentlich. Und das ist, was der Notar ist. Der Notar ist ein Gateway zwischen privat und öffentlich. Das heißt, er hat die Fähigkeit, private Erklärungen, Willenserklärungen und so weiter, mit öffentlicher Glaubwürdigkeit zu versehen. Das ist eine wunderbare Sache. Und an einer guten Beziehung mit einem Notar muss man auch arbeiten. Der muss auch ein Interesse daran haben, an dem, was man tut. Und da hatte ich mehr als einmal wirklich sehr viel Glück. Und dann mit einem habe ich wirklich jahrelang zusammengearbeitet. Und der war selbstständig und den hat das alles sehr interessiert. Der war sehr frustriert auch mit den ganzen statischen Prozessen in der Öffentlichkeit. Also es ist es wert, wenn man sich einen Notar zum Freund macht. So. Jetzt, wenn man aber jetzt nicht in dieser glücklichen Position ist, dass man einen Notar verwenden kann, dann macht man bestimmte Schreibweisen auf seine privaten Dokumente, die zeigen, dass es keine fiktiven Dokumente sind, die auf fiktiven öffentlichen Rechts und Prozessen beruhen. Ja. Oder diese geradezu beziehen. Und erst einmal, wenn es um Namen geht, ja. Da kann man dann immer mal nur schreiben, Hans. Und dann vielleicht einen Doppelpunkt. Mustermann. Hans, der ist definiert durch die Familie Mustermann. Der Doppelpunkt heißt definiert als oder durch. Ja. Das ist Mathematik wirklich. Das ist konternische Schreibweise eigentlich. Oder er schreibt Hans aus der Familie Mustermann. Jetzt muss man natürlich dann im Text klarstellen, wer das überhaupt ist und wieso er überhaupt sich in die Belange einer Person da einmischt. Das muss man dann halt in den Erklärungen unter Eid klarstellen mit einem einzigen Satz. Ist der einzig beitragende, begünstigte der Person. Hans Mustermann und dann in Klammern die gesamte Adresse, sodass die einen Bezugspunkt haben zur Öffentlichkeit. Also man muss immer Bezüge herstellen. Jedes Dokument muss das Private und das Öffentliche reflektieren. Denn was man damit tut, ist mit so einer Erklärung unter Eid ist, man gleicht auch das öffentliche Protokoll an das private Protokoll an. Und das Öffentliche muss dem Privaten immer folgen. Und das tut man damit. Man muss halt aufmerksam sein. Jetzt übermäßig vorsichtig nicht, aber aufmerksam sein, dass man da keine Formfehler macht. Und dann lebt dieser Hans aus der Familie Mustermann nicht, ja, dann auf einmal hier Friedrichstraße 20, ja, sondern man kann sagen, sowas wie der Art Care of, also C-O, Care of Friedrichstraße 22. Das heißt, zu Händen oder in die Fürsorge von Friedrichstraße 22. Okay, das Gateway. Das Gateway. Hier, das ist das Gateway zum Privaten. Das ist die Friedrichstraße 22. Und dann zu Hamburg, zu Frankfurt, ja, zu. In Richtung, denn niemand weiß genau, wo das ist. Denn alle Grenzen, auch Stadtgrenzen, sind rein fiktiver Natur. Denken Sie immer an den Adler, der mühelos über diese Dinge einfach hinwegfliegt. Sogar über Ländergrenzen, ja. Ein Chinese wird keinen Adler runterschießen, bloß weil er von über die chinesische Grenze nach Russland fliegt, okay. Der Adler sieht die Grenzen überhaupt nicht. Der weiß gar nicht, dass die da sind. Das heißt, irgendwann hört er mal, ja, Richtung China. Ah, wo ist das genau? Ja, einfach hier mal Richtung Osten, immer weiter. Okay, also es ist eine Vermutung zu Hamburg. Und dann kann man, wenn man das will, in eckigen Klammern oder in Kästen die Postleitzahl reinschreiben. Aber das würde ich nicht tun. Auf den Dokumenten selber, das mache ich auf dem Briefumschlag, weil sonst hier der Postbedienstete sich ermächtigt sieht, meinen kommerziellen Postvertrag in der Weise abzuändern, dass er das Ganze auf die öffentliche Seite in militärische Gerichtsbarkeit ziehen will. Also da mache ich dann halt die Postleitzahl in einen Kasten rein, okay. Aber auf den Dokumenten selber mache ich das nicht, okay. Und dann ist das zu Hamburg, zu Frankfurt, zu München, was weiß ich nicht was, zu Berlin. Und außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und außerhalb des Landes, was weiß ich nicht was, Niedersachsen, Bayern, Berlin. Okay. Denn sie sind außerhalb des Landes oder dieser Fiktion wirklich. Und so ist der andere das auch im Privaten. Denn niemand kann dort sein. Der ist außerhalb. Und so schreibt man natürlich den anderen dann auch an, die andere Partei. Hier, Erklärungsschuldner oder an Herrn Franz Schuster. Irgendwelche Ähnlichkeiten mit wirklichen Namen ist jetzt hier rein zufälliger Natur. Ja, aber an Franz Schuster. Tätig als die Deutsche Commerzbank. Der ist tätig als die Deutsche Commerzbank. Der macht Commerz. Er ist also tätig als die Deutsche Commerzbank. Und dann kann man dazu setzen. In der Position des Chief Financial Officers oder des Chefkämmerers oder Chefbuchhalters. Und dann würde ich vielleicht noch in Klammern danach setzen, je nachdem, wie langfristig diese Vorlage sein soll und gelten sein soll und alle seine Nachfolge. In runden Klammern. Ja, und dann Care-of. Also in die Fürsorge von Commerzbank. Was weiß ich nicht was. Aachener Straße 20. Und dann zu Hamburg, München, Berlin und so weiter. Ja, sodass er das dort an seinem Geschäftsplatz kriegt. Das ist sein Gateway in dem Moment. Denn niemand kann das Private immer aufgeben. Denn in jeder Position, die ein Mann oder ein Weib bekleiden, sind sie letztendlich immer nur natürlichem Recht gegenüber untergeordnet. Ganz gleich, welche Position sie innehaben. Das natürliche Recht befreit niemanden von den normalen Verbindlichkeiten, von den normalen substanziellen Rechten und Pflichten, die einer hat. Und so kann auch niemals ein administrativer Prozess oder positives Rechten der Öffentlichkeit den Mord an einem anderen lizenzieren oder unter Lizenz stellen. Es ist immer ein Verbrechen, wenn jemand ermordet wird, vorsätzlich umgebracht wird. Es ist ein Verbrechen. Und die Männer und Weiber, die das im Deckmantel einer Fiktion tun, sind trotzdem letztendlich immer verantwortlich dafür. So, und dann muss man sich überlegen auch, wo man jetzt diese verschiedenen Parteien platziert. Wenn ich glaube, dass ich bestimmte Rechte habe oder in einer Transaktion der Gläubiger bin, nun dann schreibe ich doch meine Details oben rechts hin und die des anderen dann ein bisschen weiter unten links. Denn rechts, das ist die Gläubigerseite auf einem Papier. Links, das ist die Schuldnerseite. Und dann werde ich das Ganze so gestalten, dass, wenn ich wirklich Gläubiger bin, ich unten rechts signiere oder aber wenigstens unten in der Mitte, um zu zeigen, ich bin jetzt erst einmal neutral. Das kommt darauf an. Da muss man sich Gedanken drüber machen. Aber bin ich Gläubiger, unterzeichne ich immer unten rechts und niemals unten links. Das ist so eine Unart geworden, auch in Deutschland, dass die Menschen jetzt immer unten links unterzeichnen in der Öffentlichkeit. Ja, als ich zur Schule ging und wir gelernt haben, wie man Briefe schreibt, da haben wir immer unten rechts. Ich weiß das noch von meiner Mutter, die hat immer nur unten rechts ihren Namen hingeschrieben oder in die Mitte, aber nicht unten links. Das ist eine Unart. Im Privaten, im Öffentlichen bedeutet es, dass es sich um einen Schuldner handelt. Ja, und dann überlege ich mir, ob bestimmte Dinge ich auf die Rückseite tue, einer solchen Erklärung unterhalt. Kann man sich Gedanken drüber machen. Vielleicht können wir da dann noch drüber sprechen innerhalb des Kurses, ja, wie zum Beispiel eine Briefmarke oder dass man das durchstreicht, damit niemand etwas hinzufügt oder und so weiter. Eine Apostile vielleicht. Wir kommen noch darauf über Apostilen, wenn es um ganz bestimmte Formen von Erklärungen unter Eid geht. Dann vermeidet man in privaten Dokumenten immer Ziffern. Okay, man vermeidet Ziffern. Man kann es als Erläuterung in runden Klammern dazuschreiben. Wenn das sich nicht vermeiden lässt. Aber man vermeidet Ziffern. Das heißt, Zahlen werden immer ausgeschrieben. Sie kennen das von Checks. Das ist immer so, auch im Kommerz. Wenn auf einem Scheck der Betrag in Worten ausgeschrieben von dem Betrag, der in Ziffern geschrieben wurde, abweicht, dann hat immer der Betrag, der in Worten geschrieben wurde, Vorrang. Warum? Nun, weil ein Wort eine Zahl ausgeschrieben ist, da eine sehr viel geringere Wahrscheinlichkeit gibt, dass man die Zahl 4, dass man V, I, E, R, ausversehentlich falsch schreibt. Anstatt 5. Okay, die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Und das heißt, man gibt mehr Substanz rein, wenn man diese Zahlen ausschreibt. Das heißt, man vermeidet Ziffern. Und wenn man jetzt Dokumente über Einschreiben zum Beispiel verschickt, dann schickt man das via. Und das muss auf dem Dokument mit drauf sein via. Also hindurch. Und dann DE und dann die Einschreiben-Nummer und dann hinten die Prüfnummer oder der Prüfbuchstabe. Ja, via. Und da schreibt man oben rechts hin, vielleicht unter das Datum oder ganz, ganz oben rechts hin. Ja, via. Das heißt, da ist das hindurchgegangen. Das ist die Nummer des Vertrages in der Öffentlichkeit, über welchen dieses private Dokument geliefert wurde. So. Und dann, wie unterzeichnet man eine Erklärung unter Eid? Naja, man kann das, jetzt wenn man beim Notar ist, dann will er wahrscheinlich, dass man das wirklich signiert mit der Unterschrift. Aber letztendlich ist ihm das egal. Er will bezeugen, und das ist ja das, was wir wollen, dass wir vor ihm das signiert haben und dass wir unser Siegel angebracht haben. Und wenn das ein Daumenabdruck ist, dann ist das gut. Jetzt können wir da natürlich noch eine Signatur hinzusetzen, sodass die andere Partei sehen kann, aha, okay, ja, die kenne ich. Ich kenne die Signatur. Das ist jetzt zwar hier in einer anderen Kapazität, aber ja, das kommt von jemandem, der hier scheinbar Rechte oder Interessen an dieser Angelegenheit hat. Ja, das ist also ganz entscheidend. Und diese Passage hier, die sollten Sie sich immer und immer wieder anhören und jetzt da nichts hineininterpretieren, was ich nicht gesagt habe, aber auch nichts davon wegnehmen, sondern ganz einfach die Dinge so nehmen, wie ich sie gesagt habe. Und es wäre gut, wenn bis zum nächsten Mal jemand von Ihnen zum Beispiel entweder einen fiktiven administrativen Prozess mal macht. Vor allen Dingen interessiert mich als erstes die Vorlage, also die Erklärung unter Eid. Kann rein fiktiver Natur sein. Erst einmal vielleicht nur die Form, brauchen gar nicht mal irgendwelche Punkte drin sein, sondern die Form mit den Anschriften und Unterschriften und so weiter. Ja. Und das dann hochlädt in den Raum. Das sehen Sie hier. Da klicken Sie auf Ihren Raumnamen. Also jetzt hier nicht auf die Kursablage, sondern Sie machen einen Rechtsklick auf den Raumnamen, dann Dateibrowser öffnen und da sehen Sie dann ein Unterverzeichnis für den Kursleiter. Und da unten drunter ist ein Unterverzeichnis 02, administrativer Prozess. Und da können Sie mir Ihre Vorschläge reinladen, dass ich mir die angucken kann. Und dann können wir da das nächste Mal die alle angucken und darüber sprechen. Denn die administrativen Prozesse, die sind das Alpha und das Omega im Commerz. Und die müssen einfach sitzen. Da werden wir jetzt einige Zeit mit drauf verwenden. Okay. Und dann können wir uns auch bezüglich der Annahme und den damit verbundenen administrativen Prozessen befassen. Also, dass wir das das nächste Mal machen und dann das nächste Mal über diese administrative Prozesse sprechen und sie uns alle angucken. Sie können auch gerne einen Prozess nehmen, den Sie schon gemacht haben mit einer bestimmten Einheit. Ja, mit einer Firma zum Beispiel. Aber der muss dann absolut bereinigt sein. Das heißt, da alles muss anders sein. Die Namen müssen ersetzt werden. Das Datum muss ersetzt werden durch ein fiktives Datum. Natürlich auch Anschriften, Adressen ganz gleich. Bezugsnummern, Kontonummern, Einschreibennummern. Okay. Es darf nicht so sein, wie es ursprünglich mal war. Und bitte nehmen Sie auch Ihre Unterschrift raus. Sie können dann dazu schreiben, hier mit Daumenabdruck und Unterschrift signiert. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Fragenteil.